Achtung, Lebensgefahr! Was diese Frau hier macht, sollte man auf keinen Fall nachmachen. Was hier gleich passiert, ist einfach unfassbar. Nur haarscharf verpasste heranbrausende Zug die Frau. Unglaubliches Glück, dass sie noch am Leben ist. Das Video der irren Szene aus der niederländischen Stadt Ermelo geht bei Facebook gerade viral. Mit dem kurzen Clip warnt die Eisenbahngesellschaft Fußgänger davor, leichtsinnig geschlossene Bahnübergänge zu überqueren oder Gleise zu betreten. So ein Leichtsinn ist nicht nur eine Gefahr für die Frau, sondern auch für Lokführer und andere Bahnreisende, sollte es zum Unfall kommen. Der Appell von ProRail ist deshalb, tu das nicht. Denn nicht jeder hat so viel Glück wie diese Frau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017